Ich träume, während des Sekundenschlafs träume ich zum Beispiel, dass ich acht Stunden schlafe. Ist das so? Ja. Der Sekundenschlaf ist wie ein Zeitraffer meines normalen und deshalb wache ich da auch völlig erholt auf aus dem Sekundenschlaf. Ich habe mal zwei Sekunden geschlafen, das war zu viel. Ich habe dann mehrere Minuten gar nicht mehr Sekunden geschlafen. Das kenne ich. Ich habe früher nie Sekundenkleber gekauft, weil ich dachte, der hält nur so kurz. Ich habe meine Angst, dass die Angst in der Zeit. Vielleicht beten ich mich noch, dass ich wie ein bisschen mehr. Ich habe mich noch nicht mehr, dass ich mich noch nicht mehr schlafen kann.